Es ist ein Kampferdolker in Bayern, auf der Schiene. Oh, ein bisschen Lezard. Ich weiß nicht, ob es ist. Es ist ein bisschen... ... die Gugotten. Und hier ist es eine kleine Lezard. Ich glaube, es ist eine kleine Lezard. Ich denke, ich werde da sein, weil es nicht mehr geht. Und hier ist es ein bisschen... ... der Gugschweiz. Das Ziel ist ja immer nach dem Gerät. Es geht darum, dass wir dauerne. von einem Gugschweiz. Mit einem Gugschweiz. completely.